hallo hier kommen wir zu den highlights vom apple event vom 14.9 klar wurde das iphone 13 und das iphone 13 pro vorgestellt sowie auch die apple watch serie 7 dann wurde ein ipad vorgestellt und ein ipad mini und das ist sogar deutlich besser als das ipad ich würde sagen weiter nach dem intro und dann gehen wir ein bisschen ins detail ja also vorab möchte ich gerne sagen es war ein tolles event aber so richtige effekte gab es nach klagen leider nicht was ich nach hallo sehen schade finde oder auch sie ja auch andere aber gut nebensächlich so kommen wir erstmal zum iphone da wurden erklärte das iphone 13 und das 13 mini vorgestellt und dann wurde das iphone 13 pro und das pro max vorgestellt in der pro version nach wie vor gibt es auch drei kameras hatte mir auch etwas bessere akku leistung und 120 hertz pendeln was ich persönlich gut finde und das ist nicht nur konstant 120 sondern je nachdem was ich gerade mache wenn ich nur eine seite jetzt lese und ich bewege nichts denn schraubt die herz ist automatisch ohne ich brauche beim lesen keine 120 hertz wenn ich aber das bewege macht sich das ja bemerkbar damit das steht fließender schneller ist die kamera sind deutlich besser geworden das smartphone an sich ist natürlich auch ein bisschen robuster geworden hat man hatte auch eine bessere batteriezeit bis zu 20 prozent circa ja sonst ich habe oder werde mir dieses iphone pro max holen mit 512 gigabyte das liegt auch daran weil ich viele videos machen nicht nur fotos und auch nicht videos und da ist ein iphone bis jetzt mit das beste gerät mein persönlicher eindruck wir sonst was gibt es sonst noch zu sagen nicht viel das meiste wusste man schon auch mit dem 120 hertz display aber man nicht zu sehen dann wurde das ipad vorgestellt was in 10,2 zoll ist das waren wir glauben vor ein paar jahren noch das 10,2 zoll pro ipad war jetzt nichts außergewöhnliches also würde ich jetzt so sagen mein persönliches kleines highlight sage ich mal dazu obwohl das auch schon ein bisschen bekannt war war ist das ipad mini nicht nur das 5g hat und auch viel lautsprecher hat es sieht aus wie so ein momentan wie die smartphones oder wie die ipad pros was ich auch persönlich gut finde und das saß von 7,9 auf 8,3 zoll gewachsen ist das ist zwar kein großer sprung aber ich finde es persönlich gut aber das ist mein persönlicher eindruck das kann bei dir oder bei jedem anders wirken ja was wurde dann noch vorgestellt denn die apple watch serie 7 die finde ich gut man wusste ja schon aus den vergangenen wochen dass die um ein millimeter wächst die akkuleistung ist auch ein bisschen besser geworden was ich so von den bildern her gesehen habe dass auch wenn ich nur die uhr sehen möchte dass sie auch so ein bisschen von der seite sehen kann sonst ist da glaube ich nicht viel passiert vielleicht ein bisschen schneller das war es dann zum ios 15 und ipad us und watch us und tv us das wird wohl am 20 september freigegeben also bis dahin müsst ihr euch gedulden vor wird es keine freigabe geben also auf der amerikanischen seite sieht man das auch und auf der deutschen seite habe ich das auch schon gesehen ja das ist so mein persönlicher eindruck gewesen über das apple event was so gekommen ist wie gesagt vieles wusste man schon ich hoffe ihr konntet es euch ansehen und ich hoffe wie immer dass mein video euch gefallen hat und dann würde ich sagen in diesem sinne bis zum nächsten video euer riverdave ja wenn euch das video gefallen hat wenn euch das video gefallen hat 2 daumen hoch abonniert doch meinen kanal damit in zukunft keine weiteren videos verpasst und dann würde ich sagen in diesem sinne bis zum nächsten video euer riverdave ja